Hoipa! So, ich bin jetzt gerade auf der Schulterrasse. Geiler Ausblick. Ich wurde von diversen Leuten gefragt, warum ich keine Videos mehr hochgeladen habe. Oder wann, dass die nächsten Videos kommen. Der Grund ist einfach, mir ist letzte Woche nicht so gut gegangen. Ich hatte irgendwas im Rücken, keine Ahnung. Ich konnte wieder sitzen, noch schlafen, noch sonst was. Eigentlich nur liegen. Irgendwann wird es auch langweilig im Liegen. Ich habe trotz dem Feuerwerk alles angeschaut, alles gefeiert, aber die Motivation ist dann auch nicht so gross, um irgendwas zu machen, wenn du dauernd Schmerzen hast. Anyway, es werden also dementsprechend nachher wahrscheinlich noch 2-3 Videos folgen. Jetzt, momentan, gehe ich nachher zu den Koalas. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon gehen. Aber so in der App ist immer der Treffpunkt dieser Aktivität. Und letzte Woche war der Treffpunkt vor dem Casino. Ich habe also schön vor dem Casino gewartet. Eine halbe Stunde habe ich mir den Arsch weg geschweizt. Sonnenbrand kassiert. Am Schluss ging ich dann bei der Reto in der Schule. Ich habe gefragt, dass ein Kollege, was war das? Und er sagte, sie hätten es in der Treffpunkt vor der Schule ändern müssen. Und irgendwie hat das nicht registriert, dass sich der Treffpunkt dann geändert hat. Ja, jedenfalls bin ich dann nicht gegangen. Ich gehe jetzt heute, weil es sind die Woche mega fast in neue Schule gekommen. Und deswegen haben sie das nochmal gemacht quasi, weil das ja halt eine Attraktion ist da. Vorgestern war auch der Raphael Nadal dort. Und übrigens, er wohnt nur so die Strasse runter und decken im Hotel. Und er hat auch gecheckt. Für den Hotman Cup, glaube ich. Ja. Ähm. Jetzt wollte ich noch irgendetwas sagen. Ah ja. Mein geile Nummerenschild, den ich gefunden habe, muss ich leider wieder abgeben. Weil es ist das Eigentum von Queensland. Sorry, ich hätte es gerne mitgenommen. Aber ja, es könnten mir vielleicht ein paar komische Fragen gestellt werden. Und es gibt wirklich keine Möglichkeit zum Palten. Die haben alles probiert. Aber der einzige Weg wäre illegal. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel. Ja. Ah ja, genau, wegen der Koala-Sendung wollte ich sagen. Das ist mir gefallen. Also, äh, es ist nicht stimmt, dass ich letzte Woche nicht gegangen bin. Weil es hat so viele Leute anscheinend gehabt. Ähm. Und die, ähm, du kannst nur streichen vom 1 bis 3, glaube ich. Und am halb 3 sind sie irgendwie dort gewesen. Und es ist jedenfalls Sport gewesen. Es hat zu viele Leute gehabt. Also haben sie nicht gekonnen. Äh, deswegen hoffe ich, dass ich diese Woche bessere Chancen habe. Und wenn nicht, ist auch okay. Gange ich halt nochmal. Ja, aber, äh, ja, aber, äh, zudem her, bereise ich eigentlich nicht, dass ich bis zu Wochen gegangen bin. Ich hoffe zu erzählen natürlich, dass ich kann. Das führt in die Macht mit zu einem geilen Koala. Ja, in dem. Das war ja dann. Das war's für heute. 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 Ich weiss nicht, ob es Videos gibt oder Bilder. Wenn ihr welche wollt, mich auch fragen. Den Koala konnten wir leider nicht halten. Und da gibt es auch noch ein Bild. Es waren einfach zu viele Leute. Aber immerhin... Ja. Und jetzt laufen wir durch den Park. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal.